Bist du im Bereich IT-Netzwerke oder Security tätig oder möchtest dort einmal arbeiten oder bist du vielleicht einfach nur an diesen Themen interessiert? Dann bist du hier genau richtig. Hallo, ich bin Erik Amberg, Buchautor und Trainer für Onlinekurse. Seit über 20 Jahren bin ich Experte für IT-Netzwerke und Security. Und soll ich dir was sagen? Ich liebe es immer noch und kann von diesen Themen einfach nicht genug bekommen. Egal ob Cisco-Netzwerke, Linux-Hardening oder Hacking, es begeistert mich einfach alles und ich gebe mein Wissen unendlich gerne weiter. In diesem Channel lernst du diverse Themen kennen und kannst dein Wissen über Netzwerke, IT-Security, Hacking und ähnliche Themen laufend erweitern. Damit kannst du nicht nur neue Jobchancen und mehr Geld erhalten, sondern insbesondere mehr Freiheit, weil du dir deinen Job aussuchen kannst. Denn die IT-Branche boomt. Sie bietet ausgezeichnete berufliche Möglichkeiten und spannende Aufgaben für dich. Wenn du dein Know-how auf das nächste Level bringen willst, helfe ich dir dabei und zeige dir in meinen Videos Schritt für Schritt und immer praxisorientiert, wie du dir neues Wissen aneignen kannst und auch in komplexe Themen einen Einstieg findest. Ich glaube, dass IT-Netzwerke, Security und auch Hacking unglaublich wichtige Themen sind, die du als Admin, Projektverantwortlicher oder einfach Power-User unbedingt kennen solltest. Daher ist es mir wichtig, dich dabei zu unterstützen, das notwendige Know-how aufzubauen und direkt in der Praxis anwenden zu können. Wenn du also jetzt den entscheidenden Schritt nach vorne gehen und deine Karriere voranbringen möchtest, dann verpasse keine Videos und abonniere meinen Kanal. Damit kann ich dir coolen Content liefern, der dich im Bereich IT-Netzwerke und Security wirklich voranbringt. Und jetzt viel Erfolg, wir sehen uns in den Videos.